Am Anfang war nur einer da und sein Name war Eru Ilúvatar. Aus seinen Gedanken erschuf er die Einur und lehrte sie Musik, zuerst jedem Einzelnen, dann allen zusammen. Und diese spielten zusammen eine gewaltige Musik voller Schönheit. Doch unter den Einur war einer, der mächtiger war als all die anderen, und aus seinen Gedanken wob er eigene Töne in die Musik ein, welche das Thema störten. Sein Name war Melkor. In dem Wirbel erschuf Ilúvatar eine neue Melodie, und in dieser führten die Töne der anderen Einur und von Melkor Krieg, und es entstand auf Ilúvatas Eingriff ein drittes Thema, in dem zwei Melodien zur gleichen Zeit zu sein schienen. Groß und gewaltig. Als die Musik dann beendet war, ging Ilúvatar mit den Einur aus seinen Hallen in die Leere und zeigte ihnen das Lied und eine Vision der Welt und was darin geschehen wird. Als die Vision nun vergangen war, sprach Ilúvatar die Worte und in der Leere entstand die Welt. Doch diese war noch unbearbeitet wie eine Leinwand, die auf die Pinselstriche des Künstlers wartet. Und so stiegen viele der Einur hinunter auf die Welt. Die mächtigsten unter ihnen waren die Valar, und unter ihnen war auch Melkor. Die wichtigsten und mächtigsten Valar waren die Arathare, die folgenden Namen trugen. Manwe, der König der Valar und Herr der Lüfte. Seine Frau Varda, die Herrin des Lichts. Ulmo, der Meister aller Gewässer. Aule, der Schmied und Herr über das Gestein. Und seine Frau Yavanna, die Spenderin der Früchte. Mandos oder auch Namo, der Wächter der Toten und Schicksalsrichter der Valar. Nienna, die das Leiden der Welt betrauerte. Und ihr Mann Orome, der Herr der Jagd. Und auch Melkor, der dunkle Herrscher, wurde anfangs noch zu ihnen gerechnet. Sie alle hatten Gefolgsleute, die Maiar, die sie bei ihren Aufgaben unterstützten. Doch auch Melkor hatte welche an seine Seite gezogen. Viele bekannt als die Balrochs. Doch der bekannteste unter seinen Dienern war Sauron, das sein Potential erst viel später offenbaren sollte. Und so begannen sie, die Welt zu erbauen für die Kinder Iluvatars, von denen sie wussten, dass sie diese Welt beleben sollten. Diese waren allein von Iluvatar ersonnen und die Ainur hatten keinen Einfluss auf ihre Gemüter. Doch was sie auch errichteten, Melkor begann es zu zerstören. Damals noch in der Gestalt groß wie ein Berg. Berge, die geschaffen wurden, stieße um und Meere, die sie austrocknen, nachdem sie befüllt waren. Daher kam Tolkas herbei, der Herr des Kampfes, und vertrieb Melkor vorerst. Danach rückten die Valare die Welt zurecht und die Havanna warf die Saat ihrer Pflanzen aus. Da diese nicht wachsen konnten, ließ die Aule zwei gewaltige Leuchten schaffen, die auf Pfähler gestellt wurden. Die Leuchte Iluin im Norden und Ormal im Süden. Zwischen den Leuchten lag ein See und in diesem die Insel Almaren, auf der die Valare wohnten. Aber als die Valare ein Fest feierten und Aule und Tulkas von der harten Arbeit schliefen, kam Melkor zurück und grub weit im Norden seine Festung Utumno. Von dort aus griffe die beiden Leuchten an und brachte sie zu Fall. Durch die Wucht der beiden Leuchten zerbarst die Landfläche. Und dort, wo die Pfeile waren, entstanden Binnenmeere. Die Symmetrie der Welt war zerstört. Die Valare gingen weg nach Haman und weg von dem Kontinent, der ab sofort einen neuen Namen trug. Mittelerde. Melkor konnte den Valar entkommen. Er war nun der Herr von Mittelerde. Die Valare gründeten ihr reich Valinor, die Unsterblichen Lande. Dies lag hinter den von ihnen aufgetürmten Pelori. Es war ein Ort voller Schönheit und alles dort war heilig. Doch das Heiligste würde es kommen, denn die Welt war da noch dunkel. Und so schuf Javanna mit Hilfe von Nienna auf dem Hügel Esselohar die beiden großen Bäume, Telperion den Silbernen und Laurelin den Goldenen, die beide abwechselnd leuchteten. Während die Valaren nun geduldig auf das Erwachen der ersten Kinder warteten, mehrte Melkor seine Macht. Er ließ eine zweite Festung errichten, Angeband, regiert von seinem Stadthalter, Sauron. Und einer der Valare konnte das Erwachen nicht erwarten. So schuf Aule in Hallen unter Mittelerde die Zwerge. Er machte sie so, dass sie Melkor gut widerstehen konnten, robust und dickköpfig. Sieben von ihnen schuf er, die sieben Zwergenväter. Iluvatar sah dies und sprach zu ihm und lehrte ihn, dass die Zwerge ohne Geist seien und sich nur bewegten, wenn Aule an sie dachte. Also sollte er sie mit einem Hammer erschlagen. Und als er diesen erhoben hatte und ihn auf sie niederschmetterte, da wichen sie aus. Iluvatar hatte Mitleid mit Aule und hauchte den Zwergen Leben ein. Doch sollten sie erst erwachen, sobald die Elben es waren. Aule erzählte dies freudig seiner Frau Yavanna. Doch sie war in Sorge um ihre Pflanzen und vor allem um die Bäume. Also ging sie zu Manwe, ihn betend, dass etwas für den Schutz der Pflanzen getan werde. Dieser rief in Gedanken Iluvatar an und Jena gab an Manwe weiter, dass mit dem Erwachen der Elben Geisterwesen beseeln sollten, die zum Schutz der Pflanzen da sind. Und so sind die Ends entstanden. Da Mittelerde nur wenig Licht hatte, nahm Varda den Blütenstaub von Telperion und setzte neue Sterne in den Himmel, heller und schöner als die vorherigen, damit Mittelerde für die Kinder irreleuchtet sei. Und dann geschah es. Imin erwachte und sah die Sterne. Er war der erste Elb und der Ort, an dem er war, war der See Kuivienen, ein Abschnitt des großen Meeres, das die Leuchten geschaffen haben. Nach ihm erwachten Tata und Enel. Ihre Namen bedeuteten der Erste, der Zweite und der Dritte. Nach ihnen erwachten ihre Frauen. Die sechs gingen nun den See entlang und trafen auf sechs weitere Elbenpaare. Diese nahm Imin zu sich, da er der Älteste war. Diese 18 entwickelten miteinander den Vorläufer der Elbensprache. Und als sie weiter gingen, trafen sie auf weitere 18, die Tata unter seine fittige Namen. Und umso weiter sie gingen, desto mehr wurden es. Imin erkannte dieses Muster und wartete, um neue zu sich zu nehmen. Jedoch wartete er zu lange und nachdem Enel die letzten 48 zu sich nahm, kamen keine neuen nach. Die drei Gruppen hatten nun folgende Namen. Die Minjar, welche nur 14 waren. Die Tatiar, 56 Elben. Und die Neljar als größte Gruppe mit 74. Das Größenverhältnis der Stämme zueinander sollte sich für lange Zeit nicht ändern. Und schon bald wurden sie entdeckt. Jedoch leider von den Falschen. Melkors Diener hatten sie zuerst entdeckt und diese warnten die Elben vor einem dunklen Reiter, der sie jagen würde. Gemeint war damit Orome, der in Mittelerde Melkors Brut jagte. Doch noch eine weitgrässlichere Tat wurde da von Melkor begangen. Manche Elben wurden weggebracht nach Utumno, wo sie gefoltert, gebrochen und versklavt wurden. So entstand das schreckliche Volk der Orks. Eine nützliche Waffe für den dunklen Herrn. Als Orome und sein Pferd Nahar dann per Zufall auf die Elben trafen, waren diese zuerst verängstigt und trauten ihm nicht. Nachdem er dann eine Weile bei ihnen war, ritt er wieder zurück nach Valinor. Dort wurde beschlossen, Melkor zum Schutz der Elben anzugreifen. In Mittelerde angekommen, zerstörten sie zuerst Angband. Doch waren sie nicht genau bei ihrem Werk und Sauron blieb versteckt. Als sie dann nach Utumno kamen, stellten sie Wachen vor Kuivienen, damit die Elben nicht viel mitbekamen. Jedoch bemerkten sie, wie die Erde bebte und sie sahen den Schein der Flammen im Norden. Die Valar gruben sich nun in die tiefe Festung und nahmen Melkor fest und zerstörten Utumno. Doch dieser Ort war sehr tief gegraben und die Geografie von Arda veränderte sich erneut. Melkor wurde nach Valinor in den Schicksalsring Mahanaxar gebracht und wurde dort zu 300 Valischen Jahren in Mandoskerkern verurteilt. Orome ging danach zurück nach Kuivienen und dort luden die Elben nach Valinor in Zegenreich ein. Doch diese waren verängstigt von dem, was sie wahrgenommen haben im Krieg. Daher wählte Orome drei aus, die mit ihm gehen sollten. Einer von jedem Volk. Ingwe für die Minjar, Finwe für die Tatjar und Elwe für die Neljar. Und nachdem sie das Segenreich und das Licht der Bäume erblickt hatten, berichteten sie von diesem wundervollen Land. Nun kam es zu einer großen Trennung, denn nicht alle wollten mitgehen. Doch gingen alle Minjar mit und die Hälfte der Tatjar und von den Neljar trat ein großer Teil die Reise an. Jene, die mitgingen, wurden Eldar genannt, die die blieben, Avari. Und auch nahmen die drei Stämme neue Namen an. Die Minjar wurden zu den Vanjar, welche blond und den Valar sehr verbunden waren. Aus den Tatjar wurden die Noldor mit dunklen Haaren und kräftigen Körpern, ihres Zeichens meist sehr handfertige Schmiede und immer wissbegierig. Und die Neljar wurden zu den Teleri, von denen viele dem Meer oder den Wäldern verbunden waren. Sie waren schwächer als die Noldor, hatten aber auch dunkles Haar. Nur das Königsgeschlecht hatte Helles. So gingen sie unter dem Sternenhimmel gen Westen, bis zu einem Fluss, den man später den Anduin nannte. Unter Lenve spaltete sich dort ein Teil der Teleri, Nandor genannt, ab. Denn sie hatten Angst, das Nebelgebirge zu überschreiten. Die Ered Luin wurden zuerst von den Noldor und Vanjar überschritten. Die Teleri kamen erst später nach, wodurch sie ihren Namen, die Hintersten, bekamen. Die Noldorer lagerten im Wald von Neldoref und die Teleri waren am Gelion-Strom. Elve wollte Finve, den Anführer der Noldor, in seinem Lager besuchen. Als er da durch die Wälder von Nan Elmoth kam, sah er etwas Sonderbares. Eine Frau, deren Gesicht strahlte. Sie war Melian, eine Maiar, verwandt mit Javanna. Als er sie aus Liebe berührte, blieben sie lange dort stehen. Die Teleri suchten lange nach ihm, doch vergebens. Während dieser Suche kamen die Vanjar und Noldor an der Küste an. Sie wurden mit Hilfe der Insel Tolleresia nach Amman gebracht, denn der Weg über die Helkaraxe im Norden war zu tödlich und riskant. Die Teleri blieben noch lange und suchten nach Elve. Schlussendlich wollten aber viele auf den Weg. Angeführt wurden sie durch Olve, dem Bruder von Elve. Doch viele blieben in Mitleerde, darunter auch Kirdan, der an der Küste blieb. Sein Volk waren die Falafrim. Die Teleri wollten nun, als ihre Insel bei Amman ankam, vorerst auf dieser bleiben. Und so blieb es. Die Insel wurde verankert, sie waren die Falmari. Als dann Elve aus seiner Trance wachte, ging er mit Melian in die großen Wälder, wo sich ein großes Volk bilderte. Die Sindar, die Grauelben. Und in Amman schufen die Valar einen Spalt in den Pylori, damit die Elben zum Meer gehen konnten. Durch diesen Spalt schienen die beiden Bäume. Deshalb wurde er Kalakiria, der Lichtspalt, genannt. In diesem erbauten die Elben auf dem Hügel-Tuna die Stadt Tyrion, die prächtigste, die die Elben je erbaut hatten. Bald kamen auch viele der Falmari auf das Festland und mit Hilfe von Finve, des Fürsten der Noldor, bauten sie Al-Qualonde, die große Hafenstadt. Denn durch den Maya Ose waren die Teleri sehr dem Meer verbunden und hatten ausgeprägte Fähigkeiten im Schiffsbau. Dies war eine Zeit der Blüte. Die Elben erschufen vieles von enormer Pracht und Schönheit, Sprache, Kunst und Schmiedekunst. Alles entwickelte sich weiter. Doch der Größte unter den Elben sollte erst geboren werden. Und so kam es, dass Finves Frau Miriel ihm einen Sohn gebar. Sein Name war Feanor. Doch sie hatte so viel Kraft in ihn gesteckt, dass ihr Geist ihren Körper verließ, worauf sich Finve nach einigen Jahren eine neue Frau suchte und zwei weitere Kinder mit ihr, Indis, einer Wandier-Elben hatte, Fengolfin und Finarfin. Feanor schuf nun vieles, darunter die Elbenschrift Tenkwar und auch die Palantiri, sehende Steine, die miteinander verknüpft waren. Doch sein größtes Werk würde erst kommen. Die Vanya waren zu jener Zeit vollständig aus Tirion nach Valimar gezogen. Dies war die Stadt der Valar. Währenddessen trafen in Mittelerde die Sindar auf die Zwerge, die auch mittlerweile erwacht waren. Diese halfen den Elben, die Hallen von Menegroth zu graben. Gewaltige Grotten voller Schönheit. Der Königssitz von Elve, der nun Fingol hieß. Und auch kam Denefors Volk nach Beleriand. Er war der Sohn von Lenve, der Anführer der Nandor. Nun waren 300 walische Jahre vergangen und Melkor wurde wieder freigelassen und vor Valimar kniete er vor Manve und bat um Vergebung. Diese bekam er, denn Manve verstand Böses nicht. Die anderen Valar ließen ihn aber beobachten. Und schon bald begann er sich unter das Volk den Noldor zu mischen und verbreitete seine Lügen und Tücken. Nun war Feanor Zeit für das größte Werk, für welches er das Licht der beiden Bäume benötigte. Unter den Eldar hieß es, dass in den Haaren seiner Nichte Galadriel das Licht von Telperion und Laurelin war. Dreimal bat er sie um eine Flechte und dreimal sagte sie Nein. Zwischen ihnen würde keine Freundschaft mehr sein. Doch nach einiger Zeit schaffte er sein Werk dennoch, auch ohne ihre Haare. Die drei Silmarill, das Schönste, was je ein Elb geschaffen. Und alle waren erstaunt von seinem Werk. Doch keiner bis auf ihn wusste, aus was sie waren. Sie wurden von Vardar geheiligt. Und jedes sterbliche oder böse Wesen, das die Steine berühren sollte, sollte davon verbrannt werden. Auch Melkor begehrte die Silmarill und er streute immer mehr und mehr Lügen. Daher schmiedeten die Noldor Waffen und misstrauten einander. Vor allem Feanor, welcher die Silmarill mit Gier liebte. Die Lügen hetzten ihn gegen seine beiden Halbbrüder auf. So ging Fingolfin zu seinem Vater Finve und riet ihm, den Stolz seines Halbbruders zu zügeln. Und in jenem Moment trat Feanor in voller Rüstung in die Halle, welcher Fingolfin mit den Worten »Pack dich dorthin, wo dein Platz ist!« anbrüllte. Fingolfin ging ruhig aus der Halle. Doch Feanor ging ihm nach, hielt ihm sein Schwert an die Brust und drohte, ihn zu töten. Sollte er noch einmal versuchen, sich zwischen Feanor und seinen Vater zu stellen. Viele hörten diese Worte und waren beunruhigt. Für seine Tat wurde Feanor aus Tyrion verbannt. Mit ihm gingen seine sieben Söhne und Finve als König der Noldor. An seiner Stadt regierte Fingolfin in Tyrion. Im Norden von Valinor bauten sie die Festung Formenos. Dort wurden die Silmaril in eine Kammer aus Eisen eingeschlossen. So haben es Melkores Lügen geschafft, Feanor und Fingolfin auseinanderzutreiben. Melkor wurde nun einige Zeit lang nicht gesehen. Doch eines Tages stand er plötzlich vor Feanor's Tür und sagte ihm, dass die Valar ungerecht zu ihm waren und er ihm helfen wolle. Und er bewunderte die Sicherheit, in welcher die Silmaril waren. Doch Feanor erkannte seine Giere nach den Silmaril und mit den Worten »Schere dich weg, du Kreos, Mandoskerker« schlug er die Tür vor dem mächtigen Feind zu. Da schwor der dunkle Herr auf Rache. Doch diese wird erst zum rechten Moment kommen. Er verschwand vorerst aus Valinor und ging östlich der Pelori. Eines Tages kam es zu einem Fest, bei dem sich Valar, Maiare und die Elben auf dem Tanikethil, dem heiligen Berg, trafen, wo auch Finve, Feanor und seine Söhne eingeladen waren. Doch nur Feanor kam. Melkor machte sich dies zu Nutzen und er ging weit nach Süden. Dort hauste in einer tiefen Schlucht eine wahrhaftig abscheuliche Gestalt, die Spinne Ungoliant. Sie konnte Licht aufsaugen und in Dunkelheit verwandeln. Als er dort hinging, nahm er eine große Gestalt an, die eines dunklen Fürsten. Diese sollte er von da an behalten. Damit sie sich im Anschluss versprach ihr, dass sie ihr alles gebe, um ihren unersättlichen Hunger zu stillen. Und so gingen sie beide, gehüllt in Dunkelheit, nach Valinor hinein auf unauffälligen Wegen. Und gerade als sich Fengolfin und Feanor verziehen hatten, erreichten die beiden dunklen Wesen den Hügel Esselohar. Dort stieß Melkor ein tiefes Loch in die beiden Bäume und Ungoliant saugte sie aus und vergiftete sie gleichzeitig. Das Licht von Valinor war zerstört und beide flohen, machten aber noch kurz Halt in Formenus. Die Valare verfolgten sie, doch in der neuen Dunkelheit hatte dies keinen Sinn. Melkors Rache war vollbracht. Nun sollte Feanor seine Silmarill aufopfern, um die Bäume mit dem Licht, das in ihnen eingeschlossen war, zu retten. Doch er verneinte diese Bitte und sagte den Valar, dass sie wahrhaftig aus dem gleichen Geschlecht wie Melkor seien. Doch danach kam in der Bitterkeit der Stunde auch noch Nachricht von Formenus, dass die Silmarill gestohlen und Finwë ermordet wurde. Da wurde Feanor zornig und verfluchte Melkor und nannte ihn Morgoth, den dunklen Feind der Welt und ab sofort wurde er so genannt. Dieser kam jedoch selbst in Schwierigkeiten, denn nachdem er mit der Spinne die Helkaraxe überschritten hatte, wollte sie, wie abgesprochen, von ihm gefüttert werden. So gab er ihre die Gämmen, die er gestohlen hatte, hielt jedoch die Silmarill fest in seiner rechten Hand, obwohl sie ihn verbrannten. Jedoch war Ungoliant unglaublich gewachsen und er geschrumpft durch das Licht der Bäume und die Macht, die er aufgegeben hatte und sie überwältigte ihn. Er schrie einen Schrei aus, der in der ganzen Ebene wiederhallte. Die Balrogs in den Ruinen von Angband hörten dies und bekämpften die Spinne. Diese verschwand in die Eret Gorgoroth, die von ihrer Brut verseucht wurden. Danach baute Melkor die Festung neu auf und darüber erhob er die dreigipfligen Fangorodrim, die feuerspeienden Berge. Dort machte er sich eine eisene Krone, in die er die Silmarill einsetzte. Nie nahm er sie ab, obwohl sie ihn quälte. Unterdessen hielt Feanor in Tyrion, wo er eigentlich immer noch nicht hindurfte, eine Rede gegen die Valar und über den Rückweg nach Mittelerde, da sie nichts mehr hier halte, da weder in Amman noch in den Hinnenlanden Licht war. Und so schworen er und seine Söhne einen gewaltigen Eid. Einen Eid voller Zorn und Wut, dass sie jeden vernichten werden, der zwischen ihnen und den Silmarill steht. Dies schworen sie bei Ilúvatar selbst und banden damit den Eid an sich. Nicht alle Noldor waren einverstanden und Streit brach aus. Doch dieser wurde beigelegt und es wurde sich vorbereitet, nach Mittelerde abzumarschieren. Unter jenen, die mitwollten, war auch Galadriel. Denn obwohl sie gegen Feanor stand, wollte sie ihr eigenes Reich in Mittelerde. Doch gingen sie in zwei Scharen. Zuerst jene von Feanor und seinen Söhnen und dann die von Fingolfin. Denn nicht alle wollten einfach zu Feanor folgen. So gingen sie los. Zuerst die Scharfeanors, dann jene von Fingolfin. Und sie verließen die prächtige Stadt Tyrion. Die meisten für immer. Sie marschierten der Küste entlang und kamen nach Al-Qualonde. Dort verlangte Feanor nach den Schiffen der Teleri. Doch Olve, der König der Falmari, den Teleri in Mittelerde, sagte ihm, dass die Schiffe für sie so heilig waren, wie die Silmarill für die Noldor. Feanor sah dies als Verweigerung der Freundschaft und griff mit seiner Schar das Schiffsbauende Volk an. Doch dreimal wurden seine Leute zurückgeworfen. Und erst als die Vorhut vom Fingolfin Schar kam, konnten die Falmari bezwungen werden und die Schiffe wurden gestohlen. Dies wurde als der erste Sippenmord bezeichnet. Ein Mord von Elben an Elben. Eine schreckliche Tat, die nicht vergessen werden sollte. Als sie nun der Küste weiter entlang gingen und fuhren, tauchte auf einmal eine Gestalt an der Küste auf einem hohen Fels auf. Manche sagen, es war Mandos der Schicksalsrichter selbst. Dieser sprach einen Fluch, der die Noldor treffen solle, sollten sie weitergehen. In diesem wurde ihnen die Rückkehr verweigert und ihnen ein grausames Schicksal versprochen, nachdem sie den Mord an den Teleri begangen hatten. Nie sollten sie ihr Ziel erreichen und durch Verrat und unter Schmerz und Qual würden sie sterben. Nach dem Spruch waren viele eingeschüchtert, doch Feanor heizte sie weiter an. Nur einer ging mit einigen seines Volkes zurück. Es war Finarfin, der jüngste Sohn Finwes und der Vater von Galadriel. Doch seine Kinder gingen weiter mit Feanor und Fingolfin gen Norden. Im Norden kamen die Scharen dann zum Stehen und es wurde überlegt, wie man nun nach Osten käme. Dabei schimpften einige über Feanor, der dies leider mitbekam. So machte er sich mit seinen Söhnen auf und nahm die Schiffe und segelte los. Fingolfin hoffte, dass sie die Schiffe zurückschicken würden. Und während die Noldor noch auf Wanderschaft waren, startete Morgoth seinen ersten Angriff auf die Elben, die erste Schlacht von Beleriand. Trupps von Orks strömten durch die Länder, östlich und westlich der großen Wälder, an deren Ränder die Sinder kämpften. Auch die anderen Völker wurden angegriffen, die Falafrim und der Kyridan wurden ans Meer gedrängt und die Städte Iglarest und Prifombar wurden belagert. Sie waren von Fingol abgeschnitten. Dieser kam mit Denefors Volk zusammen. Doch im Gegensatz zu den Sinder hatten diese keine Waffen von den Zwergen und sie waren den Orks unterlegen. So fiel auf dem Berg Amon-Ereptene vor und seine Elben zogen sich zurück aus jedem Kriegsgeschehen und hatten keinen neuen Anführer mehr. Sie waren ab sofort die Laik-Vendi, die Grünelben. Doch im Osten konnten die Orks bezwungen werden. Als Fingol zurückkehrte, machte Melian einen Schutzzauber um die Wälder, die ab sofort Doriath hießen, das bewachte Königreich. Zu jener Zeit erreichten Feanor und seine Söhne die Küsten von Mittelerde bei Losgar. Als Maedros, der älteste Sohn der Sieben, fragte, ob man die Schiffe zurücksenden könne, ließ Feanor sie verbrennen. Fingolfin sah dies und war enttäuscht von seinem Halbbruder. Doch wollte er weiterhin in die großen Lande von Mittelerde. So ging seine Schare den gefährlichen Weg über die Hellkaraxe. Aber nicht nur er sah das helle Feuer, auch Morgoth's Speer nahmen es wahr. Und als die Noldor ihre Lager nördlich des Mifremsees aufbauten, wurden sie attackiert. Schnell wurden die Feinde zurückgeworfen, doch noch weitere Orks kamen, jene, die von der Verlast zurückkehrten. Doch einer der Söhne Feanors hatte einen Hinterhalt geplant und auch sie waren schnell besiegt. Dies war die Dagor nur in Gileaf, die Schlacht unter den Sternen. Und die wenigen Orks, die überlebten, wurden von Feanor in seinem Wahnsinn gejagt, doch er kam zu nahe an die Festung des Feindes heran. Dort kamen ihm die Balrogs entgegen, darunter ihr Anführer, Gothmog. Dieser schlug ihn zu Boden und hätte ihn vernichtet, wären Feanors Söhne nicht gewesen. Sie wollten ihn zurückbringen ins Lager, doch an den hängen der Ered Velfrin gebot er ihnen zu halten. Dort erinnerte er sie, dass sie sich an den Eid halten sollen und verfluchte Morgoth noch dreimal. Daraufhin starb er, doch kein Grab gab es für ihn. Sein Geist war so heiß, als er seinen Körper verließ, dass er diesen verbrannte. Er kam in die Hallen Mandos und nie würde er daraus hervorkommen, solange die Welt wehrte. Und bald nach seinem Tod kam eine Nachricht von Morgoth, dass er seine Niederlage anerkennt und die Rückgabe eines Silmarells anbot. Maedros verließ sich darauf ein, wissend, dass es eine Falle sein könnte. Daher nahm er Truppen mit und ging zu dem Treffen. Die Truppen des Feindes waren jedoch stärker und alle Elben außer Maedros wurden erschlagen und er wurde an die Fangorodrim gekettet. Währenddessen wurden die Gebiete von Hiflum befestigt und zu dieser Zeit erreichten die Noldor und Fingolfin die Lande von Mittelerde. Viele Verluste hatten sie zu beklagen nach dem Übergang über die Helcaraxe und als sie ankamen tauchten zum ersten Mal Sonne und Mond am Himmel auf. Geschaffen wurden sie aus den letzten Überbleibseln der beiden Bäume Telperion und Laurelin und mit ihrem Aufgang erwachten die Menschen im Osten die im Vergleich zu den Elben kein endloses Leben hatten. Sie machten sich auf nach Westen wo sie die Sonne zum ersten Mal aufgehen sahen und Valinor wurde verschlossen die Pylori erhöht und das Meer vor dem Land wurde ungestüm und gefüllt mit verwunschenen Inseln Dies waren die Zeitalter der Leuchten und die Zeitalter der Bäume Eine Zeit des Beginns und im Zentrum der Geschichte standen gegeneinander der mächtigste Einur und der mächtigste Elb Die Geschichte von Morgoth und Feanor Doch aufgrund seines Eids würden Feanor Söhne nicht von ihrer Mission ablassen und im kommenden Zeitalter würden sie versuchen diese Mission zu erfüllen Dies war nur eine grobe Zusammenfassung dieser Zeit Ausführlicher ist sie in der Reihe Tolkien chronologisch beschrieben Bitte teilt dieses Video falls es euch gefallen hat und ihr anderen Leuten diesen Teil des Silmarillion übersichtlich erklären wollt Abonniert doch gerne den Kanal Damit bedanke ich mich fürs Zusehen Den ersten Abschnitt haben wir jetzt durch Es bleibt mir nur noch zu sagen Ich wünsche euch Bis zum nächsten Mal